Hallo! Leute ich kann nicht... Stopp man! Spielstopp! Spielstopp! Nein! 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 Wo ist meine Panzerfaust? Nein! Nogi! 2-0 oder was? Wir werden weggeholfen! Eine miese Lachsschule! Nein! Richtig weggebumst! Schön, dass du wieder einschalst heute! Legendär! LTS neu! Was komplett neu ist, Gravity Warrior! Wir halten einschalte zwei Schüsse aus! Wieder hardcore gemordet! Mit dabei haben wir den in sich lachenden Deko-Kanal, was der gerade wieder geraucht hat! Und wir spielen gegen ein Team auf Wusch bestellt, Aris und Nogi! Servus! Hallo! Hallo, Muchachos! Nutzelpolieren! Eine wunderschöne, beschissene Folge der GTA! Was ist hier der Modus? Was müssen wir machen? Ja, wo sind wir? Da! Abballern! Einfach nur killen! Wo seid ihr denn? Ihr müsst euch mit dem Windrad hochjeeten! Und dann einfach treffen, ja! So, Leute! Ähm, ich habe gerade gelacht, weil ich habe einen Kommentar gelesen unter dem Nerf-Video von gestern! Ja, hau raus! Da meinte jemand, wie heißt er? Kid Milf? Nee, Alter! Ja, hab ich auch gesehen! Da wüsste ich da gerade sehr drüber lachen! Digga, wo seid ihr, ihr kleinen Kacken-Nasen? Uns! Hä? Hey! Ich habe dich getroffen, was ist das denn? Ey, du hast getroffen! Ja, aber warum bist du nicht tot? Zwei Schüsse habe ich doch gesagt! Haltet ihr auf! Zwei Schüsse habe ich doch gesagt! Hört überhaupt zu, ihr kleinen Kacken-Nasen! Das ist gar nicht so einfach! Oh! Nice! Aris, lauf doch nicht auf mich zu! Wen habe ich da weggehalten? Ja! Ja! Okay, man kann durch Fallschaden sterben! Was? Man kann durch Fallschaden sterben? Ja! Also, ich hatte gerade ungefähr 15% Leben weg und ich bin so tief gefallen, dass ich tot war! Ja, du bist echt tief gefallen, das kann ich dir sagen! Oh, oh, Marvin gefällt es auch sehr tief! Ja, aber ich habe eigentlich... Die miesen Chakos! Hä, warum lebst du noch? Ja, mein Leben ist schon... Oh mein Gott, Alter! Nein, das wollte ich nicht! Wo seid ihr? Als ob mein Fallschaden stirbt, ne? Nein! Nein, nein, bitte nicht, bitte nicht! Oh, fuck, 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 fuck! Hä, warum bin ich denn gestorben? Weiß ich nicht! Ja, du kannst hier was einsammeln, ne? Ja, aber ich hatte auch... Also, ich war doch im drüben Bereich in meinem Leben! Oh! Noll! Hallo, lass mich doch mal in Ruhe! Invaders! Hol ihn dir! Hol ihn dir Marvin, Stella! Aris, bist du... Noch rein, noch rein, noch rein! Er ist bei uns auf der Seite, ja! Ich glaube, ich bin gerade bei denen auf der Seite gewesen! Uuuuh! Hä, warum vier Schüsse?! Uuuuhhhh! 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 Warum, warum hat, äh, hat er vier Schüsse gebraucht, um zu sterben? Ich habe... Ja? 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 Wo bist du denn? Hahahaha! Luki! Warte doch! Warte doch! Warte doch! Hä? Was bist du denn? Warum hat Marvin eigentlich so eine TNT-Stange aufm Rücken? Ich wollte das sagen, ich renne so ein bisschen, ne? Ich hab nur so gelben Speedy. Das ist ne Flair. Uuuuh. Ne, ausgewichen, Rudi. Mich sieht so aus wie ne Stange TNT, die schon angeschaut hat. Ah, Junge. Jetzt, jetzt! Hol er dir, hol er dir! Ja, ja, ja! Ja! Wo bist du? Holz! Ich bin der Wützhaus-Holz. Wützhaus-Holz? Hä, ich hab hier... Lol, das hab ich auch? Oh mein Gott! Oh, jetzt geht's los, Digga! Was willst du damit? Ja. Okay, Marvin hat wieder irgendwie Spätzeit gefunden. Hier. Geil. Ja, und jetzt? Äh? Lol. In-Mail, Brudi! Lol, nein. Lol. Guck, meine Panzerfaust! Wo ist meine Panzerfaust? Nein! Ja! Ja! Ja, nee! Gut, Marvin, dass du die Fallscher benutzt hast. Also, war ne geile Idee. Ey, dass die Panzerfaust weggesteckt ist, ja? Ich spiel erst seit 6 Jahren GTA. Sorry, 10 Jahre, ja? Also, alles, alles Cello. Ja? Alles Cello. Warriors, let's go! Bam 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 Weg ihn, Holzen! Weg ihn, Holzen! Einer fliegt, einer fliegt. Wo sind die kleinen Schamhaare? Alter! Digga, ich fall so tief runter! Deko schon wieder vermabelt. Jetzt weiß ich, wie Deko gestorben ist. Wie denn? Wenn du ein Fallschirm hast, pass auf, bist du verwundbar. Ich bin im Gleitenmodus einfach nur gegen so ein Windrad geknallt, was oben war, tot. Das heißt, du bist wirklich verletzbar, wenn du den Fallschirm im Lachs hast. Das kann ich dir sagen. Ja! Los! Fick ihn! Fick ihn! Ich kann ihn nicht ficken, ich kann ihn nicht ficken. Los, holz ihn! Warum? Fand ich doch nicht losgelassen! Ja! Digga, 2-0 oder was? Gebumst! Was ein geiles Teamwork heute, Alter! Ja, Teamwork, Digga! Ich hab den Super-Grund und hab den Pillemann rumgespielt! Man muss halt sagen! Ich hab zwei Runden eins gegen zwei gespielt. Jetzt müssen wir mal eine Runde gewinnen. Ja, ja, machen wir jetzt. Easy-weezy. Easy-cheesy-weezy. Okay! Let's go! Also wie gesagt, am besten nicht den Fallschirm im Lachs, da bist du nämlich richtig krass am Wegholzen, ne? Lass uns einen wegfokussen, den holzen wir dann richtig hart weg. Hast du ihn getroffen? Ah, lol ey, wie kann das sein, dass du mich schon getroffen hast? Ah ja, er hat sich leider für den richtigen entschieden. Hä, lol! Wo ist er denn? Da hinten? Okay, okay, okay! Was fliegt hier gerade? Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, oder? Nein? Unglück nicht. Ich bin der Witz aus Franz! Ja! Hast du ihn gemacht? Ich glaube noch nicht. Oder? Ist er tot? Nee, ich bin nicht tot. Nein! Nubi doch nicht! Das hat mich wieder aufgesammelt. Nubi, das hat hier aufgesammelt. Hä, lol, lol, jetzt bin ich tot. Echt? Ich glaube ja. Ich hab einen Fallschirm gehört. Oh mein Gott. Nubi, alles gut? Hehehe, viel Spann. Hahahaha. Hallo. Nix und Nugi stirbt. Oh. Oh! Unsere Seite! Unsere Seite! Unsere Seite! Unsere Seite! Ich muss hier, ich brauche Leben, ich brauche Leben, ich brauche Leben. Ich brauche Hilfe! Ja! Ich bin da! Aris, ich brauche Leben. Hab ich ihn auch erwischt! Das war's für dich, Mann, die Marvin, das war's! Boom! Nein! Ab ihn, ab ihn, ab ihn, ab ihn! Alles da, jetzt soll noch ganz geschehen! Oh, was? Die Rakete auf einer Brisa Lachs, Alter! Lamaforker, du bist damit aber schlecht, Alter! Oh, yeah! Baller sie weg! Baller sie! Er ist jetzt halt schon wieder eins gegen zwei, ey. Oh, das ist ja... Wow! Ich dachte so, du... Hörst auch, wenn ich so leise bin, dass ich ne Taktik habe, you know? Aber hast du leider nicht gehört. Oh, 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 oh! Weil ich find's langweilig die ganze Zeit einfach nur auf seiner Seite zu sein, aber ja. Wo ist er? Ist es bei uns? Sehr gut! Oh, oh... Ah, schade. Komm, Fick! Oh, oh! Oh! Yes! Tag! Du kannst halt einfach alleine gegen zwei nichts machen, ey! Alter, so gut! Einfach gut! Easy peasy! Okay, Diko! Wollt ihr eigentlich auch noch gewinnen oder...? Was ist los für euch, ja? Jaa, jaaaa! Wir lassen euch so ein bisschen drei Punkte holen und dann äh... Dann kriegen wir das hin. Hast du... Hier! Hast du... Hast du gesehen, Diko? Hast du euch gesehen haben? Oh... gar nichts mit. Wir schicken die sich gegenseitig Whatsapp oder so. Hallo. Leute ich kann nicht. Stopp mal Spielstopp. Spielstopp. Nein 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 nein. Wieso Spielstopp? Weil du im Schreibfenster bist. Drück Enter. Kann ich nicht. Drück Enter. Leute ich kann wirklich nichts machen. Also no joke. Warte mal kurz. Ich kann nichts machen. Sie sehen nicht mal. Ich kann nichts machen. Hallo Hilfe. Bitte helfen sie mir. Ich höre schon wieder an den Fallschirm hier. Ich will nicht. Bin ich bin ich. Ja. Nur gesagt. Hört auf. Endlich da. Jetzt kann ich wieder. Hau weg den Lappen. Wo bist du? Ich hab keinen Winkel. Ich bin auf der anderen Seite der Map. Aber das ist Aris. Ey wir sagen die ganze Pause. Aris kommt einfach rüber. Fickel mich. Easy. Danke dir. Wo ist er? Da unten. Shit. Alter. Aris macht keinen. Nein nein nein. Ich bin gefickt. Okay. 1 gegen 1. Oh jetzt wird der Ficker kaputt gefickt. 1 gegen 1. Mano a Mano. Wo ist der Saftbeutel? Wo bist du hin? So ein DL könnt ihr glaube ich komplett knicken. Oh. 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 Nein das schaffen wir schon. Ah Tatsache. In meiner Sicht konnte sich Nugi nicht bewegen. Nur einander. Zu. Er hat ja auch nicht. Habe ich ihn jetzt. Habe ich ihn jetzt. Habe ich ihn jetzt. Habe ich ihn. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Boom. Hey wo ist der? Schmackhaft. Laten. 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 Nein. Nein. Ja. Hallo. Hallo. Ich kann es kommen. Ja. Buckusing. Buckusing. Okay. 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 Let's go. Okay. Let's go. Okay. Let's go. Kies doch. Ei. 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 Oh. Alter. Ich hab so hardcore. Wieso fliegt der nicht hoch? Ich hab richtig hardcore da. Oh. Falscher bekommen. Alter. Logisciatus. Wie sieht es bei dir aus? Nein. Alles im grünen. Alles im Logo. Okay. Bei dir hinten ist einer. Einer ist bei dir hinten. Einer ist bei dir hinten. Bei mir? Ja. Aha. Danke. Guter Call. Ich hab hier nicht. Ja Mensch, das ist Monkey Bobby. Ja der macht doch was. Ja. Nein. Der fickt mich. 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 Der fickt zurück. Hier. Der ist down. Aris nicht dein Ernst. Wow. Weil das Problem ist nämlich, das hört mich nur hier jetzt auf. Wenn man so weit voreinander weg ist, dann kann man auf dem Boden nicht, äh, nicht treffen. Ja deswegen, äh, bin ich ja extra ganz woanders hingegangen. Das war ein guter Move. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Ich komm nicht rüber. Er ist gerade Luft gesprungen. Ach so. Oh ja. Oh ja. Oh das war natürlich. Oh. Oh man. Hallo. 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 Ich kann gar nichts mehr machen. Hallo. Ja. Wir gehen. Ich kann nichts mehr machen. Ja. Ja. Ich kann nichts machen. Aua. Au ihn weg. Kann ich's machen. Oh jura. Gegen ihn. Ach. Ja. Komm Marvin. Gib ihm. Ja. Ja. Ich bin hier auf dem scheiß Windrad. Ja. Nein. Nein. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Ich wurde von Nuki getroffen, in den Windrad geschleudert und bin nochmal rumgeflogen. Alter Schwede, jetzt geht's runter. Jetzt haben wir ne Taktik hier. 3-2 Leute, ne? Wir uns... Ey, wir übertreiben schon mit den Support. Nein. Uuuuh. Uuuuh, das hat Boom gemacht. Wow. Weiß nur noch, wir haben hier ein Spiel. Alles bei uns, alles bei uns. Vor unserem Fasching in die Büsche versteckt. Sie haben mich bemerkt, Marvin. Ja. Kannst du noch überleben? Kriegst du das hin? Da ist auch einer. Warte, ich bin wieder bei uns. Echt? Leute. Na, der Nuki ist hier bei uns, oder wie? Oder was? Oh mein Gott. Nein! Ja! TK, oder was? Aris, schnell! Ich kann nicht hoch! Ey, Falschstimme ist so scheiße, ne? Ich hatte nur noch ein Leben, als ich gelandet bin. Ein Leben! Los, du schaffst das! Ey, Aris, wenn du jetzt verkackst, ne? Wo ist der? Bei ihm auf der Seite. Warte, ich guck bei dir mit. Ah, läuft mein Vitals. Oh nein. Oh nein. Hau ihn los! Ah! Aris, du hast zu spät geschossen. Du hast zu spät geschossen, Aris. Nicht mich gegen das Windrad. Das war... Nein! Das war... Nein! 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 Fuck! Okay, let's go! Oh, Aris drüben! Was? Aris, warte doch. Aris ist nicht drüben. Wie kommst du denn darauf, dass Aris drüben ist? Warum kann die nicht schießen? Wo ist ein Aris der ist? Wo sind die? Oh, lol. Nein! Könnte Aris haben. Fick ihn! Wir sind beide drüben! Wir sind beide drüben! Ich bin nämlich auch bei dem! Hier ist keiner! Kannst du mich, Marvin? Ja! Ey, Digga, der steht die ganze Zeit gegen die... Scheiße gegen, Alter. Loll, Aris ist wieder hoch? Ich hab' ihn, ich hab' ihn, Aris. Ich hab' ihn, ich hab' ihn, ich hab' ihn. Nice! Ich hab' Aris, Aris! Hä? Jesus, man passiert nicht ohne Ende! Ja, er ist tot! Los! Ja! Fuck! Nein! Ich hab' ihn, ich hab' ihn, ich hab' ihn! Ey, Windrad, Windrad, Windrad! Ja! Ja, sehr gut! Ey, Junge, was ist das denn? Ey, das ist doch wieder... Zum Mäuse, ey, Alter! Ich hab' ihn! Hallo? Okay, wir müssen den Kurs aber beibehalten jetzt, ne? Yeah, yeah, yeah. Ich würd' sagen, wir legen den Kurs wieder oben. Skrrr! Müssen wir! Skrrr! Let's go! Okay, aber wenn die jetzt mit der gleichen Taktik fahren... Dann eben! Oh! Hab' ich ihn? Nein! Haben sie nicht, Monsieur? Haben sie... Oh, oh, oh! Ja, ich brauch' gleich wieder ein bisschen live, genau! Die chillen da beide in Ecke! Ja, ja! Die chillen in das Taktik, hallo! Oh, wo haben wir den? Ist er hier? Der ist hier! Der ist hier! Der ist hier! Hast du einen Lackweg im Betratsch?! Der Ars sagt doch wenigstens... Bescheid, dass du rübergehst! Das Ding ist, wenn ich dir das sage, wisst du dir das auch! The trap is in text! Was ist das Problem? The trap is in text! Ey, ich kann schon wieder nicht aufstehen, ey, das ist doch gut was so... Meine Verarschung! Boah, 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 boah! Hey, Baby! Komm mal! Sechs Wins in Folge, Kiefer Sin! Das wär' schon strong, ey! Das wär' schon sehr strong! Das wär' wirklich strong, ey! Das wär' schon Hardcore-Lack! Er sagt Hardcore-Lack, ey! Lack sagt er! Ja, ja! Was kill ich das? Nein, hab' ich schon erwischt! Oh, nice! Schön! Du bist schon richtig erwischt? Nein! Nein! Okay, nehme ich auch nicht! Hä, wie? Unsere Seite! Auf unserer Seite! Auf unserer Seite! Ahres getroffen! Oh, 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 oh! Da, 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 da! Hinten! Nicht zu nah, nicht zu nah, nicht zu nah! Wink hoch! Was ist das? Klatsch! Ahres noch mal getroffen! Ich hab' wieder getroffen! Ja! Was ist noch? Nuggi! Ich bin grad oben! Mutscht! Ey, nicht dein Ernst! Ich hab' Nuggi gedocht mit dem Windrad! Sehr schön! Oh ja, gefickt! Ich hab' keine Münze noch mehr, Marvin! Ficke, 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 ficke! Fickel! Fick! Oh ja! Ja, ja, ja! Boom! Das ist gut! Jetzt du noch Marvin! Wo ist der? Komm, dann schaffst du den ersten... Marvin! Nein! Marvin! Ich seh'n auch nicht! Digger! Ja! Ich bin tot, oder? Bin ich tot? Alter! Hau' ich weg! Hau' ich weg! Ficke, ficke, ficke! Ja, jetzt ficke ich dich! Weiterfick! Oh, oh! Schön von hinten! Nein, 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 nein! Jetzt ficke, jetzt ficke! Ficke, jetzt ficke! Oh, no, 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 no! Über dir! Neben dir! Neben dir! Neben dir! Oh, fuck! Ja! Oh, lol! Nein! Nein! Digga, das ist doch wieder so unfair! Oh! Ja! Ja, ich kann nix machen! Ich kann nix machen! Ich kann nix machen! Oh! Das kann doch nicht sein! Digga, sechs Runden in Folge gewonnen! Das ist einfach nur Luck, ey! Wer seid ihr? Ja, Glücksunterhose hat er ja gerade aufm Kopf! Ja! Wie viel Lack wollt ihr haben? Wie viel Lack wollt ihr haben? Ja! Ne? Flashback! Flashback! Hallo? Ja! Das waren neun Runden Gravity Warrior! War doch ganz geil, oder? Alter! Da sind wir wieder! Deluxo vs. Sniper! Ihr habt euch auch mal wieder ihr Enten vs. Sniper gewünscht! Ist aber zu rebellisch! Deswegen dachten wir uns, Deluxo ist noch ein bisschen geiler! Deko in meiner Wenigkeit wieder im Moorhuhn-Fieber! Und rasieren jetzt die beiden Moorhühner, Aris und Nugi! Hallo! Hallo! Hallo, Deluxo Muxo! Ja, Moorhuhn habe ich früher mal gegen meine Mutter gezockt! Gegen meine Oma! Lol! Okay, wie sieht's aus jetzt? Was müssen wir machen? Ein rotes Auto, ne? Also meine Mutter war richtiger Moorhuhn-Junkie! Digga, damals Computerbild-Spiele! Man kennt ihn! Aris, wo bist denn du? Ich habe jetzt was? Wo sind die Läxte? Von wo kommen die? Also, genau! Ihr seid Deluxo! Mit X könnt ihr in den Alien-Modus gehen und ihr müsst uns hier runterpfeffern! Wir müssen wiederum euch aus dem Auto ballern! Let's go! Wir können keinen X drücken! Da haben wir nicht voll, ey! Hallo? Oh, da oben sitzt ihr ja schon! Ach so! Ah! LOL! 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 Guck, 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 guck! Alter, was? Alter, was? Ich bin da hinten befinden, ey! Das war einfach der richtige Glibstreffer! Guck mal, hier ist da! Guck die dir an! LOL! Jetzt aber, oder? Du bist 4 Reifen, nicht nur 2! Nein, 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 nein! Ich steig ein und versuch ihn rauszuziehen! HÄH! Steig doch aus! Wie geduldig der Franz! Hä? Ja, ey! Alter, wie ich nur wie einfach mit meinem ersten Schuss aus seinem Auto gehedert habe! Digga! Ich hab einfach gar nichts gesehen bei mir! Haukeye! Die sind über uns! Die sind über uns! Ja? Nein! Wir sind nicht über euch! Nein! Nein! Und jetzt! Jetzt kommen wir! Wenn wir kommen, bist du aufs Verdun! Wenn wir kommen, ist die Party vorbei! Denn wenn wir kommen, gibt's ne Massenschlägerei! Jetzt bist du aufs Verdun! Wenn wir kommen! Uh! Nugga! Aras! Hallo! Uh! Bumm! Loin! Aras hab ich gekillt! Nein! Nugga hat mich gekillt! Aras hab ich umgefahren! Sauber! Gebumst! Hä? Wie ist das denn jetzt passiert? Hä? Ja? Wo bist du denn eigentlich? Wo gibt's denn Explosives? Ich hab Aras umgefahren und Nugga hat mich gekillt! Ich bin die Explosives! Hä? Wo gibt's denn die Explosives? Hä? Gar nicht! Ich bin die Explosives! Aua! Hä? Warum läuft Aras die ganze Zeit wie so ein Verrückter mit ner... mit ner Axt rum? Huh! Nein! Ja! Loll! Achso, Aras hab dich abgeschossen! Lull! Ich seh doch nicht! Ja Marvin! Wo bin ich? Wo ist Nuggi? Hau hier neben dem rotierenden Lachs da! Oh! 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 Ooh! Ah! Oh! Ouah! Ah! der Pumpgun. Wo bist du? Ja, Boxeshot. Boxeshot. Alter, was ist sowas von? Hello? Ey. Da kommt ja schon einer. Hallo? Jolka! Ey, ich war neben, neben Aris. Er hat nichts mitbekommen. Ne, nichts. Da stand da so. Ey, warum machst du, warum bist du denn da oben? Das bringt doch nichts. Ich dachte, wir treffen uns, ist er hier. Nein! Ich hab so eine Tacke gemacht. Komm, One-Shot. Komm, du schaffst es. Oh. Word-Shot, Head-Shot. Wo fliegt der hin? Da hinten. Alter, geil! Loll! Gefällt mir der Scheiß. Ja! Und jetzt musst du ihn nur noch olgern. Los! Lutscht, ihr Lutscher! Wo sind die Pimmels? Er kommt. Er kommt nicht? Oh. Ja! Und? Gedugt. Gedugt. Hä, wie? Das war kein Kill. Ja, das war gedugt. Hä? Bei mir bist du weg, dir olgert. Nö. Bei mir auch. Oh, fuck. Alles geplant! Alles geplant! Ja! Sehr gut! Lol! Alles geplant! Ey, was hat Nuggi für Glück? Es ist aber nicht tot! Ne, noch nicht. Ficken Arsch! Mach Beyblade! Aua! Nein! Was ist er denn? Nicht! Nicht, Nuggi! Nicht! Ich fache das selbst. Digga, was hat der für Glück? Da kommt eine Granate. Pass auf! Oh. Oha! Digga, die war gar nicht so schlecht, ey. Ah? Alter! Ey, Nuggi! Was kann ich sagen? Dass er hier die ganze Zeit immer unfassiert vorbeikommt. Ey. Nein! Ey, aber Nuggi! Ey, Nuggi! Ey, Nuggi! Ich hab Nuggi dreimal getroffen auch, ne? Dreimal hab ich ihn getroffen. Digga, der rasiert hier. Mich hat er auch sofort weggeballert, ey. Okay, Deku, für dich. Nächste Runde, ne? Machen wir sofort Attacke und machen dich noch irgendwie oben. Keine Ahnung. Skatspiel, oder? Keine Ahnung. Ja! Das Ding noch hier oben runterkogeln. Aber ich hab gerade eine Rüstung angesammelt. Okay, Aris, ich komme. Achtung. Achtung, Auto kommt. Oh, shit. Was für ein Auto? Oh, shit. Oh, shit. Wo sind sie? Oh, shit. Speed. Oh, da sind sie ja. Warte, warum bist du Speed? Ja! Na, ja! Oh, schön gemacht. Alter, das war echt, das war gar nicht so dumm. Was haben die gemacht? Das war gut. Aris hat sich, ist in der Luft auf mich zufliegen gekommen und hat sich dann fallen lassen und mich genau beim Runterkommen erwischt. Was? Was? Oh! Was? Was? Oh! Was ist da auch? Hier ein Headshot? Oh, ja. Das war einer. Schön, Marvin. Schön, Marvin. Was auf? Aris ist da? Hast gut gemacht. Hast gut gemacht. Ja? Hinter dir? Was steht der? Da vorne. Aha, so ein Ding ist er. Komm, Jack. Ja, schafft er nicht. Oh, Aris, Aris. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Oh, lol. Alter. Boah. Well played. Well played. Scheiße. Alter Schwede, ey. Ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Ey, dein Wrack hat mich aber auch wirklich beerdigt in dem Moment. Wir müssen schnell Nugi wegballern. Der snipet uns hier raus. Aris kam hin. 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 Arzake! Geil. Ja, hör doch auf zu ballern, die miesen Furzflöhe. Furzflööflöten. Vorsicht. Nein, ich fahr runter. Hä? Wo bist du? Ey, ich fahr über dich. Bist du tot? Ist du tot? Wo sind sie? Hä, wie? Ey, ich bin über dich gefahren, ne? So ein. So ein Schacko, ey. Los, Nudel ihn! Nudel, Nudel. Nein! Hast du? Hä ich hab ihn gerammt, aber er fällt nicht um, der Wichser. Ja, du hast ihn. Geil! Nein! Nuggi hat mich? Nein, nein, nein. Ich hab schon wieder einen Nuggie getroffen, aber es macht einfach nix, ey. Ich muss nachladen, hä? Loll. Ah, du bist tot? Ja. Oh shit. Oh shit. Loll! Hey, das kann doch nicht anders sein! Loll! Ich krieg diesen kleinen Holzwurm nicht, ey. Aber ich bin Nuggie! Ich krieg ihn auch zweimal getroffen, Alter, aber es hat einfach keine Ausrückung auf ihn, ey. Geil. Okay. Mhm, mhm. Wo sind die kleinen kacken Nebel? Oh, da fliegen sie! Ja, Alter! Wuhu! Hä, wieso krieg ich die scheiß Rüstung nicht? Wenn du keine brauchst, du fällst da eh gleich runter. The best! Hero! Lalalalalala! What? Los! Los! Ah! Vollziehen! Ist er noch drauf? Ja! Ah, shit! Schön, schön, schön. Aris kommt. Ach, du schaffst das. Loll! Ich will Slyper, du mit Auto. Los! Wir geh'n uns! Bis dann reingau'n. Ciao! Küsschen aufs Auf. Bye-bye! Ah! Ey! Nein! Hör doch auf, hier rumzuwackeln! Passt der Bob da rein, oder was? Nö! 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 Wo bist du? Der im Arschloch, Alter! Ganz tief drinnen. Hallo! Hahaha!